Hallo Leute, ich werde jetzt wieder ein paar Leute löschen, die schon lange nicht mehr online waren und das heißt, ihr könnt mich wieder adden, wenn ihr wollt und ja, so 55 Tage ist schon krass. Auf jeden Fall müsst ihr in die Nachricht oder in die Freundschaftsanfrage eine 5 schreiben, dann weiß ich Bescheid und werde euch adden, okay? Okay.